SR3, die bunten Funkminuten, heute vor genau 40 Jahren, fuhr im dritten Programm ein Bus mit Jugendlichen vor der Trickwand auf Musikreise ins Grüne. Die erste Folge Formel 1 lief im Fernsehen und der Busfahrer hieß Peter Illmann, erster Moderator der Musikshow für die Hitparadenfans. Und der ist vier Jahrzehnte später mir zugeschaltet. Hallihallo. Ja, einen schönen guten Morgen. Das ist für mich auch phänomenal, dass ich nach 40 Jahren nochmal über diese Sendung rede. Und das passt eigentlich tatsächlich auch zu dem Titel meines Buches. Kult war nicht geplant, denn wir waren damals tatsächlich sehr naiv und haben einfach mal angefangen eine Sendung zu machen, ohne zu wissen, ob das Ganze erfolgreich sein würde. Geschweige denn, hätte niemand gedacht, dass wir eben nach so langer Zeit noch über diese Sendung reden, aber ist ja toll. Es war eine Musiksendung, in der keine Manuskripte abgelesen wurden, wie sonst in Unterhaltungssendungen damals. Da wurde frei gequatscht, wie im Radio. War das ein Plus für dich als Bayern 3 Moderator? Ich glaube, ich hätte gar nicht anders reden können. Ich habe Zeit meines Lebens, bis auf wenige Ausnahmen, eigentlich immer frei geredet. Und das heißt natürlich auch, dass es nicht immer druckreif war. Und manchmal war es witzig, manchmal auch nicht. Und ich habe die Moderation relativ kurz vorher mir überlegt. Aber das Schöne war, und das muss ich auch immer wieder sagen, dass mir da niemand reingeredet hat, Ich konnte wirklich sagen, was ich wollte, ob es nur ein bisschen frech war, ob es manchmal ein bisschen beleidigend war, was ich nicht hoffe. Das war sehr, sehr schön. Und das vermisse ich manchmal heute, weil heute haben manche doch schon so eine kleine Schere im Kopf, wo sie dann denken, oh, das könnte ja vielleicht ein Shitstorm auslösen, wenn ich das jetzt sage, und sagen es dann lieber nicht. Und das war damals nicht so. Ich konnte wirklich machen, was ich wollte. Video hat den Radio-Star nicht gekillt, aber es war die Zeit, als die ersten Videos kamen. Aber auch eben nicht nur. Studiogäste hatte Formel 1 ja auch. Ja, jede Menge. Wir hatten natürlich vor allem die deutschsprachigen Künstler, weil die hatten keine Videos. Also da war Andi Borg und Roland Kaiser, die waren alle da. Aber wir hatten auch wirklich absolute Topstars. Wenn ich an Joe Cocker denke, eine Legende, Woodstock-mäßig, da habe ich schon ein bisschen Achtung gehabt, als der ins Studio kam. Das war schon was ganz Tolles. Bei Madonna war das nicht ganz so, weil die war ja noch kein Weltstar. Da wusste man ja nicht, ob das überhaupt noch was wird. Und mein Beleuchter sagte damals, ach, da wird sowieso nichts draus, die ist in zwei Jahren wieder weg. Hat er sich getäuscht. Formel 1 war der Titel, noch vor der großen Schumi-Zeit, aber der echte Rennzirkus hat nie gezickt. Also Bernie Ecclestone war da immer entspannt? Das ist eine gute Frage. Es ist tatsächlich so, dass er da einmal geschlafen hat, sozusagen. Das ist das erste und einzige Mal, dass der Name Formel 1 für etwas anderes als für das Autorennen benutzt werden durfte. Und genau die rechtlichen Dinge weiß ich nicht, aber es ist jedenfalls ein Fehler von Bernie Ecclestone gewesen. Das hat er dann auch sehr bereut. Gut, am Ende wird es ihn nicht gestört. Aber wir dürfen Formel 1 benutzen, tatsächlich, als, glaube ich, einzige Organisation auf der Welt, die das darf. Teezy hieß der Snoopy-Hund mit Sonnenbrille, das Maskottchen. Und die Erstplatzierten dieser offiziellen Mediakontroll-Hitparade haben keinen Pokal bekommen, sondern einen Teil einer Isetta. Weiß man, ob diese Ehrenpreise auch noch Ehrenplätze haben? Ja, da müsste man mal bei Kerje Guguli mal anrufen, bei vielen, vielen Künstlern, ob die das Ding noch haben. Das waren ja Scheinwerferlampen und Unterbodenplatten und weiß ich was alles. Wir wollten halt anders sein. Darum der Schrottplatz, der etwas schmuddelig war. Darum die Preise, keine goldenen Trophäen, sondern eben Autoersatzteile. Das sollte eine andere Sendung werden. Das hat ja auch wunderbar geklappt. Und das hat ja dann auch zu diesem Kult, den es denn jetzt gibt, mit beigetragen, dass die Sendung einfach ganz anders war. Anders als Ilja Richter, der damit mit Fliege und Anzug aufgetreten ist oder Dieter Thomas Heck. Und das wollten wir auch bewusst so machen und das war auch ganz gut so, dass wir es gemacht haben. Es hat mehrere Erkennungsmelodien gegeben für Formel 1. Deine war damals Pack-Jam von der Johnson-Crew. Das ist ja heute leider völlig out, Instrumentals zu nehmen. Ich kenne auch eigentlich keine Bands mehr, die Instrumentals produzieren. Schade. Ja, es gab ja immer mal wieder Level 42, glaube ich, hat das mal gemacht. Das ist schade, vor allem auch für solche Sendungen. Aber Pack-Jam war ja auch ein Instrumental, was in Deutschland nie eine Chance gehabt hätte, wenn nicht Formel 1 das als Titel gehabt hätte. Glaube ich, dann wäre es nicht in die Charts gegangen. Und insofern ist das schon ein Phänomen gewesen, dass wir auch Hits machen konnten. Wir haben ja zum Beispiel auch tatsächlich die Rap-Welle mit angefacht, weil unser Regisseur aus New York Grandmaster Flash, eine der Urväter-Bands, der Rap-Musik mit nach Deutschland gebracht hat. Zum ersten Mal waren die da, gleichzeitig noch mit einem Graffiti-Künstler, der den Hallenboden verschönert hat. Rap und Graffiti war in Deutschland völlig unbekannt. Insofern haben wir auch durchaus versucht, ein bisschen Musik kulturell da was auf die Beine zu stellen und nicht nur die Charts abzubilden. Es gab ja schon die kleinen und großen Skandale, ob die aufreizend gekleidete Madonna oder die nackten Liebenden bei China Girl mit David Bowie. Das war weich gezeichnet, da sah man gar nichts. Aber es war ein Skandal. Ja, die Skandale in den 80ern waren andere als heute. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, solange man sich über nackten Hintern von David Bowie aufregt, damit kann ich leben. Heute regt man sich über andere Dinge auf, die wesentlich ernsthafter sind. Und insofern waren das eigentlich kleine Aufreger, die damals sehr wichtig genommen worden sind. Aus der heutigen Sicht natürlich völlig lächerlich. Und da muss man auch mal sagen, bei aller Euphorie die 80er. Ich mag sie auch gerne, aber viele sehnen sich ja quasi schon zurück in diese Zeit. Und man muss auch sagen, es war auch ein bisschen spießig teilweise. Es ging zwar bergauf und es wurde alles immer freier. Und wir hatten alle ein Gefühl des Vorankommens, was heute nicht mehr so ganz unbedingt da ist. Aber es gab natürlich auch Dinge, die nicht so schön waren. Da musste man erstmal kämpfen, dass das sich änderte. Und das hat man ja auch geschafft. Michael Jacksons Thriller, auch ungefähr 40 Jahre alt. Das Video war ja über 20 Minuten. Das war eine Sondersendung. Das war eine Sondersendung, weil es erstens zu lang war. Und weil zweitens natürlich die Horrorelemente, meinte man damals, für jugendliche Kinder nicht geeignet wären. Ich meine, wenn man sich das heute anguckt, ist immer noch toll zu sehen. Denn das ist schon ein bisschen horrormäßig, dass das heute nicht mehr aufsehenerregend ist, weil das bei jedem YouTube-Video vorkommt, ist eine andere Sache. Aber es war schon natürlich durchaus Horrorqualität, die vielleicht ganz kleinen Kindern so ein bisschen schlaflose Nächte bereiteten. Und deswegen hat man das Ganze in einer Sondersendung, da wurde das ARD-Programm geändert, dann tatsächlich abends um halb zehn oder viertel vor zehn gezeigt. Das war schon ein Phänomen. Zeigte aber auch, wie wichtig und kraftvoll diese Sendung war, dass man das bewirkt hat und dass die Zuschauer das bewirken konnten, dass einfach mal das ARD-Programm geändert wird. Das geht heute nur noch bei Katastrophen und sonstigen Dingen. Ich glaube, Michael war nicht da. Aber welche Promi-Begegnungen sind dir besonders in Erinnerung? Sicher nicht die Eintagsfliegen, die auf dicke Hose gemacht haben und den Namen man drei Monate später vergessen hatte. Nee, das sicher nicht. Aber ich habe in der ganzen Zeit, auch später beim ZDF natürlich, als ich gewechselt bin, immer wieder Prominente getroffen. Und war manchmal doch sehr überrascht, wie die aufgetreten sind. David Bowie zum Beispiel hatte ich ziemlich Angst, dass der vielleicht irgendwie arrogant oder zickig war. Ich meine, der war immerhin ein Weltstar, wirklich. Und gerade diese Leute sind manchmal besonders, ja, wie soll ich das sagen, besonders freundlich, besonders nett und sehr professionell. Die wissen halt, warum sie das machen. Und der hat dreimal gefragt, wo er sich hinsetzen soll, wo er sich hinstellen soll, ob die Antwort jetzt okay war, ob er noch was sagen soll. Unheimlich freundlich. Und da war ich doch sehr erstaunt, im Gegensatz zu so manchen, wie du schon sagst, Newcomern, die dann meinten, sie wären die Herren der Welt und hatten gerade mal einen Hit. Das gab es ja nun auch. 40 Jahre Formel 1. Peter Illmann, wie lange war die Dauerwelle in, bis die Haare wieder glatt waren? Ach, die Dauerwelle hatte ich gar nicht sehr lange. Das war einfach nur eine praktische Sache, weil ich brauchte die Haare nur waschen und dann trocknen und dann waren sie fertig. Das war ja nur eine kurze Phase und die habe ich auch inzwischen vergessen. Und man denkt ja da an die Föhnfrisuren, vor allem der Engländer, die New Wave-Leute, die auch dann noch extrem geschminkt waren. Das waren alles Sachen, die lustig waren, aber nicht so wichtig. Ich glaube, die 80er waren tatsächlich für uns wichtig und sind heute noch wichtig, weil sie einfach ein Jahrzehnt des Aufbruchs waren und das ist richtig so. Und deswegen mögen viele Leute so und ich finde das immer phänomenal, wenn bei meinem Sender 80s, 80s, wo wir nur 80er Musik spielen, auf einmal 25-jährige Zuhörer sind, die dann sagen, sie würden jetzt gerade die Musik von Prinz entdecken. Und das finde ich schon phänomenal und das finde ich toll. Für dich ging es nach der Formel 1 ja weiter im ZDF. Peter-Illmann-Treff, Pitt, Musikreisesendungen, dann coole Rock-in-Konzert-Sachen. Warum gibt es diese tollen Musiksendungen gar nicht mehr eigentlich? Ja, Peters Pop-Show, die Nachfolge von Thomas Gottschalks Tommys Pop-Show, lässt sich heute nicht mehr auf die Beine stellen, weil ich glaube, die Künstler kommen alle nicht mehr. Man muss sich ja vorstellen, wir hatten zwei Tage lang die absoluten Top-Künstler der Welt da. Also Janet Jackson, aha, also alle, die gerade einen Hit hatten. Und das kriegt man heute nicht mehr zusammen. Das hat damals Marcel Avram geschafft, der Konzert-Impresario-Veranstalter. Das geht, glaube ich, nicht mehr. Was ich am meisten vermisse, ist meine Reisesendung, die PET-Reisesendung, weil sowas fehlt mir persönlich heute im Fernsehen, also ob nur mit mir oder ohne mich, dass man einfach mal über den Tellerrand guckt und sieht, was ist in anderen Ländern los, auch in Europa. Was hören die Leute, die Jüngeren da, was ist da kulturell los, das erfährt man ja kaum noch. Und das finde ich ein bisschen schade. Wir haben damals Israel vorgestellt, wir haben ein palästinensisches Radioprogramm vorgestellt, wir haben Brasilien gezeigt, was machen die Leute da, wie ticken die. Und das finde ich schade, dass es sowas nicht mehr gibt. Also da habe ich wirklich Sehnsucht nach, sowas nochmal zu machen. 40 Jahre, Formel 1, heute. Wenn Sie mehr wissen wollen, Peter Illmann hat es aufgeschrieben, Kult war nicht geplant. Seine Biografie ist im Charles Verlag erschienen und kostet 22 Euro. Peter, herzlichen Dank. Wie wird heute gefeiert? Es wird gefeiert, indem ich ein bisschen über die Formel 1 rede und gleich leider ins Flugzeug steigen muss und nach Brüssel fliegen muss. Auch schön. Vielen Dank und tschüss.